da 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 willkommen zu meinem let's play von dungeon master ja richtig gehört dungeon master nachdem ich jetzt so lange anvil of dawn gespielt habe dachte ich mir geht auch mal zurück zu den wurzeln und wenn ich weiter zurückgehen würde als dieses spiel wäre ich bei pong also ja dungeon master ist das absolute urgestein was dann schon exploring angeht vor allem in echtzeit und nicht runden basierend es war das erste echtzeit spiel wenn wikipedia nicht lügt zumindest und es hat richtig coole stimmung also vor allem gerade weiter unten wenn dann das essen knapp wird und man allen möglichen zaubersprüchen ausweichen muss das ist richtig cool gemacht und es ist irre alt also ich habe es gespielt als ich acht neun jahre alt war mein dad zusammen und das ist jetzt schon über 20 jahre her also ja es wird nicht blind sein denn ich habe seitdem auch vor ein paar jahren schon mal wieder gespielt aber ich habe es nie durch geschafft weil es halt später recht viele unsichtbare wände gibt und das karten zeichnen denn länger gebraucht hat als das eigentlich spielen das ja wie jedes mal aufgegeben hoffentlich kann ich das heute durchziehen also nicht heute gott bewahre aber in diesem anlauf durchziehen das spiel dauert nämlich schon ziemlich lange aber fangen wir einfach mal an ja wie ihr sehen könnt die grafik ist sehr einfach fast alle wände sehen gleich aus wenn man von solchen kleinigkeiten absieht oder diesen ring aber das spiel ist irre klein also ich habe mir jetzt die return to chaos version geholt die kann ich nämlich auch mit dick story gut aufnehmen aber die hat an dem spiel selbst nichts verändert aber in der keine ahnung paar 100 kilobyte großen datei war auch noch das addon hierzu mit bei und noch eine andere modifizierte version und also kann man gut auf dem usb stick mitnehmen und zwischendurch mal spielen so bevor ich jetzt aber anfangen hier in helden auszusuchen erst mal ein bisschen was grobes also wir wachen auf in am anfang des dungeons und haben keine helden sondern wir gehen jetzt hier durch seine art galerie und können uns der helden aussuchen also haben wir ihn hier der aussieht wie ein magier oder den krieger hier und so kriegen wir eine gruppe von vier leuten zusammen die wir noch anordnen können wer wo steht und mit dieser gruppe bestehen wir das ganze abenteuer also will ich jetzt erstmal zwei kriege aus den nehmen wir set der hat von vornherein auch schon kettenhemd und kettenstiefel und wir nehmen wir noch der sieht wie ein magier aus den holen wir eventuell später ab was ist mit dir du hast nur 50 lebenspunkte das reicht mir nicht für die erste reihe er hier hat ganz viele lebenspunkte aber dafür fast kein mana und er ist nakidai dahinter war der geist den fand ich als kind immer cool der hat 60 lebenspunkte dafür mehr mana set hat auch nur 60 jordan soll das reichen dann nehmen wir dich noch als zweiten krieger mit auch wenn er ja eigentlich zauberer ist aber das gute hierbei ist dass es keine festgefahrene klassen gibt also jeder kann in einer von vier klassen aufsteigen wie ihr sehen könnt also krieger ninja priester und zauberer und jede klasse bringt bestimmte vorteile wenn man sie dann erhöht also kämpfer ist klar erhöht man durch nahkampf angriffe und wenn man daran aufsteigt bekommt er mehr lebenspunkte also viel mehr lebenspunkte ein bisschen mehr stamina und fast gar kein mana mehr wenn überhaupt da bin ich mir nicht mehr sicher dass zu lange her beim zauberer halt genau andersrum man bekommt fast keine lebenspunkte auch nur ein bisschen stamina wenn überhaupt und dafür viel mana das heißt theoretisch müssen alle vier helden alle vier klassen gut hochbringen damit sie möglichst viele lebenspunkte haben damit sie später den ganzen flächen zaubern einigermaßen widerstehen können außerdem erhöhen manche klassen auch noch das was ihr ganz unten sehen könnt nämlich den schutz vor magie und den schutz vor feuer das wird auch noch sehr wichtig wie schaut es bei ihm aus er hat sehr hohen schutz gegen magie und feuer ist ja auch ein geist die haben immer viel schutz gegen magie und feuer keine ahnung so jetzt suchen wir uns auch noch richtige magier dann nehmen wir einmal in der ramels kind auch mal sympathisch ich nehme somit und dann suchen macht meinen namensvetter also nicht gerogon sondern meinen richtigen namen also liest das fand ich damals schon recht cool also ist elijah das ist halt die jüdische version von meinem namen so der hat ja auch 60 lebenspunkte und ganz schön taffer magier dass du du hast 55 also er ist das schwächste glied in der kette so den würfel brauchen wir erstmal nicht hier rechts könnt ihr jetzt sehen was dazu gekommen ist einmal die zauberanzeige von den vier verschiedenen helden die wir oben auswählen können und hier unten die angriffsanzeige das heißt die haben alle in der rechten hand nur ihre fäuste das heißt sie können zuschlagen treten oder rumschreien das soll wohl den gegner demoralisieren aber ich glaube das hat bisher noch nicht wirklich funktioniert steigert aber den den jaskel genauso wie waffenlos zuschleifend schlagen und treten also wenn wir immer mal ganz gar nicht weiter kommen dann werden wir uns vor irgendeine tür stellen dadurch gegen schlagen solange bis unsere helden hörenden jaskel bekommen so und der würfel macht jetzt genau leben einfrieren der sehr praktisch bei zehn kreaturen wo man lange draufhauen muss aber die bewahren uns für später auf jetzt haben unsere heldengruppe zusammen das heißt wir können den dungeon verlassen wenn ich den das war als kind mein lieblingscharakter den habe ich jetzt erst wieder entdeckt weil ich habe zeit meines lebens halt hunde gehabt und der hier sah ein bisschen so aus wie mein damaliger und gypsy deswegen hatte ich den mitgenommen das war dann mein tränkehersteller aber na gut das zottelvieh das hatte glaube ich auch kein mana der hier auch nicht war ein barbar so wenn wir jetzt hier drauf treten die tür auf und dann geht das abenteuer richtig los haben wir schon was zu essen schrift rolle was machst du um zauber sprüche zu sprechen musste die gelernten ruhen in mein zauberbuch tun dann ist diese return to chaos version nicht das original weil im original gab es kein zauberbuch gucken wir doch mal das ist ein zauberbuch was ja eine schrift rolle bei zum testen wahrscheinlich na ja das ist doch praktisch also im originalspiel gab es das nicht es gab wieder das zauberbuch noch diese erklärung das muss man das selber herausfinden wie ihr sehen könnt entsprechend die ruhen auf dieser schriftrolle genau den ruhen da oben rechts das ist die erste liste von ruhen also man kann jetzt hier einmal aufklicken dann kommt eine neue liste von ruhen die anderen anders aussehen dann kann man davon eine auswählen danach kommt dann noch neue liste und noch neue liste heißt man hat so vier ruhen wörter die man rein kann aus vier verschiedenen listen und daraus ergeben sich zauber sprüche und die erste liste ist hier halt nur wie stark der zauber sein soll dass wenn man ganz schwachen zauber haben will denn nicht so viel mana kostet zum beispiel zum trainieren von einem zauber spruch oder weil man halt keinen stärkeren spruch braucht nimmt man den hier ganz links wenn man mal zum verschwenden hat ihn hier ganz rechts so das gehen wir jetzt aber alles mal zu unseren magiern das hier noch dass wir die im rüber ziehen das hier praktisch okay sie noch was drauf nein aber gut das ist eine schöne neuerung sehr praktisch vor allem hier haben wir noch was zu essen das essen ist am anfang noch relativ wichtig also später natürlich auch aber später kriegt man eine quasi unendliche unendlichen vorrat an nahrung weil bestimmte gegnertypen nahrung droppen hier haben wir ein altar der wiedergeburt nämlich wenn einer von unseren helden stirbt liegt auf dem boden ein skelett und all seine gegenstände das kann alles einsammeln zu seinem altar zurücklaufen da wird er wiederbelebt wenn wir nicht mit einer vollen gruppe gestartet werden gibt es glaube ich auch im dungeon selbst noch skelett die man aufsammeln kann um so dann an andere helden ranzukommen die in dem startergebiet noch gar nicht zur auswahl standen so hier haben wir noch mehr essen das kann alles mit also ging das schneller okay ich ziehe das einfach auf ihn rauf er wird unser essensträger für den anfang später gibt es dann noch ähnlich wie in anvil of dawn die kisten und die säcke also ich glaube hier waren es nur kisten aber ja so fackeln brauchen wir auch die gehen mit der zeit flöten und jetzt gehen wir den richtigen dungeon runter also hier gab es ja noch kein einziges monster das war so nach nur so eine art tutorial hier wird schon ein bisschen düsterer und unsere erste waffe gut gut und der erste gegner da hatte ich früher richtig schiss vor dem so gucken wir mal ob der wir können keine zaubersprüche sprechen die wir noch nicht kennen das ist auch eine neuerung also früher musste man halt die sprüche also hat uns einmal gespielt und wusste man wie die sprüche heißen und da kann man auch ganz am anfang schon etwas mächtigeren sprüche benutzen weil man die worte halt schon kannte das geht jetzt anscheinend nicht mehr weil ich wohl karten feuerball schmeißen aber den spruch haben noch gar nicht gelernt in anführungszeichen das heißt wir müssen jetzt augen aufhalten nach schrifträumen wo die sprüche draufstehen hier haben wir zwei gitter hintereinander und trinken wir uns alle mal voll ja alle voll wasser gut gut ein schlüssel haben wir schon mal hört ihr das das tok tok so kann man nachher wände abklopfen um geheimgänge zu finden das wird auch noch wichtig alternativ kann man auch gegenlaufen und kriegen die schaden aber ich glaube die ist wenn sie schaden bekommen tradiert das den kriegerlevel von denen die fallgrube da eben ist auch noch wichtig also nicht die fallgrube direkt aber die fallgruben allgemein denn es gibt bereiche in den dungeon da muss man absichtlich in fallgruben runterspringen und auch vorher schon ungefähr wissen in welchem teil der karte man sich befindet um dann in ein gebiet zu kommen wo man normalerweise nicht reinkommen würde deswegen werde ich wohl auch später anfangen müssen karten zu zeichnen mit open office wahrscheinlich und die welt dann immer einblenden wo wir gerade sind damit ihr so ein bisschen die übersicht behalten könnt keiner von beiden funktioniert ja und wie in jedem spiel dieses genres druckplatten rätsel das wäre jetzt noch recht einfach man durfte einfach nicht auf die zweite druckplatte treten aber die werden noch kniffliger so welchen schlüssel brauchen wir hier dich nicht dich nicht wir hatten noch ein oder nein komisch na gut wir müssen weiter suchen wir waren ja noch ein paar anderen türen vorbeigekommen vielleicht können wir die inzwischen öffnen mit dem schlüssel hier oder dem das hat mir gerade dann hatten wir noch die zweier tür er muss hier tierisch aufpassen weil es gibt teilweise graue schlüssel und grau auf grau ist wirklich schwer zu finden ich würde jetzt ein fackel zauber sprechen aber den kennen wir auch noch nicht so schau mal so und hier finden wir jetzt wahrscheinlich den anderen schlüssel die man braucht um weiterzukommen genau das haben wir hier eine elfenkleidung ja es gibt leider keine stats also du kannst jetzt nicht gucken welches von beiden besser ist das musste einfach nach gefühl machen was auch recht irritierend ist es gibt natürlich wahrscheinlich irgendwo im internet eine liste von prioritäten was besser ist und was nicht ich mache das meistens einfach nach gefühl also klar ist eine lederrüstung besser als ein einfaches gewandt wie er jetzt gerade hatte so die pfeile kann man werfen ja dem dolch auch stein auch so haben unsere leute in der hintersten reihe jetzt schon mal was zu tun wenn ein gegner kommt und hier kann bis zu vier weitere geschosswaffen mit reinpacken das heißt wir werden jedes steinchen jeden fall jeden dolch mitnehmen bis jeder davon vier stück hat und selbst diese keule hier die keule kommt in die haupthand darunter kommt das schwert wenn wir dann irgendwann eins finden das heißt sobald ein gegner kommt schmeißen wir die keule also die beiden krieger schmeißen die keulen die beiden werfen ihre dolche und dann kommt hier das schwert in die hand danach wird alles aufgesammelt das macht somit am meisten schaden was kann ich mir später zeigen wenn die ordentlichen waffen haben so jetzt wollen wir zu der anderen tür zu der tür die müsste eigentlich genau die fackel geht langsam zum neige legen wir mal eine frische oben drauf das ist hell hier haben wir schon mal ein ordentliches schwert stiefel hat der schon stiefel werden wahrscheinlich besser sein als sandalen eine fackel auf vorrat und hier ja gut dass ich mich daran erinnert habe dass hier ein schlüssel liegt sonst hätten wir ihn garantiert übersehen ich sage ja grau auf grau ist echt übel zu sehen obwohl mit der zeit ein auge dafür gewinnt denn der boden sieht ja noch einer geht den wusste ich nicht mehr ich wollte eigentlich das ding darauf heben ähm und man gewinnt ein auge dafür weil der boden ja überall genau gleich aussieht und wenn da eine veränderung drin ist dann bekommt das auge das mit also das gehirn bekommt mit war ja so das kann ruhig dazu jetzt war ich hier noch eine tür dann vielleicht der hier stirbt garstiges biest so das was an fernkampf waffen wir können jetzt noch die waffen einzeln hochheben und immer wieder schmeißen und dadurch trainiert das bei dem jenny der gerade hier als hauptcharakter ausgewählt ist in den jaskel aber jetzt steht er da drauf und wir kommen nicht mehr ran na gut dann halt tottreten so und dieser pilz tropft was zu essen das wird später noch sehr wichtig sein denn es er ist einer von ich glaube drei gegner die was essbares tropfen können und so ganz normales essen von der außenwelt wie käse brot und äpfel werden wir so schnell später nicht wiedersehen noch einer krieg kommen wir nicht da ist echt schade dass wir die zaubersprüche jetzt nicht haben die bringen am anfang richtig viel aber gut so trainieren wir wenigstens bei unseren kriegern ein bisschen die ninja und die krieger level das ist ja auch nicht schlecht im gegenteil ist es sogar äußerst wichtig dann spielt er die gegner die hauen ganz schön gut zu wenn ich mich richtig erinnere müsste das hier aber bald zu ende sein oh ne na ich hab hier irgendwo einen schlüssel übersehen am 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 kaputt haben naja die scheint stabil zu sein gut dann schauen wir doch mal ah okay der war sogar gelb auf grau den hätte ich eigentlich sehen müssen äh ja ich sag dir die werden ein tick komplizierter also wenn ich jetzt nach vorne gehe geht es bestimmt wieder zu und es sind noch zwei gitter ha ok das ging ja es ist auch wichtig zu sehen wo der gegner steht denn wenn ich jetzt werfen würde dann würde set set ist der grüne der steht links an dem gegner vorbei werfen das heißt ich haue mit ihm auch nur zu genauso nabi wenn ich mit nabi werfen würde den stein würde er an dem gegner vorbeifliegen und so können bis zu vier gegner auf einmal auf einem feld stehen glaube ich oder es waren zwei bin ich mir nicht sicher ah da kommt ja schon der nächste komm her ich beschmeiß dich mit pilz oh so auf beiden seiten steht einer kann ich schön schmeißen und keine waffen mehr dann könnt ihr da hinten mal rumschreien gucken ob das überhaupt was bringt aber ich denke mal nur wenn die in der ersten reihe stehen macht das irgendwas wir brauchen echt eine zweite waffe jetzt wollen wir nicht essen das wollten wir eigentlich nur geben äh da na ich hab schon wieder weggeworfen du sollst es in der hand behalten zuschlagen du kannst nicht werfen wo kommen die alle her ich kann mich gerade daran erinnern dass am anfang so viele davon waren also ist schön weil wir schön viel zum trainieren haben und jede menge essen bekommen aber es wäre mir doch lieber das ah set hat ein ninja level bekommen weil die keule geworfen hat und als hauptheld ausgewählt war so kann man auch ganz gezielt leute trainieren lassen also wenn wir jetzt wollen dass apple elijah ein ninja level bekommt dann wählen wir einfach ihn aus und werfen ganz viele sachen durch die gegend gosmog hat ein krieger level bekommen das ist gut frisspilz und pfeil und schwert gut also gosmog hat ein krieger level bekommen er hat sieben lebenspunkte mehr und einen permanenten stärkepunkt bekommen was ist mit ihm er ist schon novizen kämpfer das heißt er wird nicht so viele lebenspunkte bekommen dafür hat sein ninja level ihm 9 gebracht na gut sammeln wir alles wieder ein jede menge pilzteile und ein schlüssel noch einer von euch mann 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 also ich kenne ein raum der spawn die dinge aber der war nicht hier aber es kann ja sein dass wir das gear geendet haben wenn sie schon dieses zauberbuch einführen vielleicht dann auch andere neuerungen wie respawn der gegner oder mehr respawn der gegner na gut passt du hier rein schön schön ein großer steinbrocken die hatten wir ja auch gerade bei anvil of dawn einen ganzen rucksack voller steine oder nee ein sack voller steine war das ja und perfekt auch noch in die sackgasse reingelaufen damit wir ja nicht weglaufen können aber es ging nochmal gut schreite hinein um eine fahrt zu machen nee wollen wir eigentlich nicht ob da drin wird wohl der schlüssel sein oh ja teleporter rätsel gibt es später auch noch die sind über wenn man sich merken muss welcher teleporter wohin führt und das ganz ohne minimap und alle wände die gleich aussehen ja also wie gesagt ich werde auf jeden fall eine karte zeichnen ähm was war das ah das ding ist weggegangen gut dann legen wir doch mal die sandalen da drauf ok wenn ich mich richtig erinnere steht auf der wand drauf hier gibt es nichts zu lesen oder so ja diese wand sagt nichts ein schloss noch ein schloss und da haben wir einen schlüssel passt du so praktisch der steht jetzt sogar mittig das heißt alle könnten ihn angreifen aber ich habe keine lust gleich wieder die sache einzusammeln deswegen prügeln wir ihn einfach nieder auch wenn er irgendwie ein bisschen viel aushält so hier ist noch ein schlüssel schlüssel von b na gut nehmen wir kurz die fackeln raus so es wird richtig duster und schlafen kurz um die lebenspunkte und die mal stamina zu regenerieren außerdem mache ich jetzt mal kurz einen cut wir sehen uns dann gleich wieder bis dann Vielen Dank.